So, ich sag jetzt auch einmal kurz vorab, was unten in der Videobeschreibung sind wahrscheinlich Timelinks zu eurem Verein. Ich kenn nicht alle Namen, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Ich weiß auch nicht, von welchem verdammten Stand diese Kader sind. Manche sind da irgendwie unvollständig oder nicht richtig. Ich hab's jetzt einfach gemacht. Nehmt mir das alles nicht zu übel, nehmt dieses Video nicht zu ernst. Ihr habt einen groben Überblick, wie eure Spieler oder eure Mannschaften bei FIFA so drauf sind. Und nehmt das dann einfach so hin. Naja, viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Es ist viel zu lang geworden und es wird wahrscheinlich niemanden jucken. Aber ich hab jetzt einfach drüber gelabert. Und ja, wer zuhört. Geiler Typ. Naja, viel Spaß dabei. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem Video. Wir schauen uns heute mal die Kader an von allen deutschen Mannschaften. Das sind, wenn ich nicht komplett dumm bin, was ich trotzdem bin, 56. Alle drei deutschen Ligen. Und ja, da schauen wir uns mal alle Mannschaften an mit den Kadern. Und die jeweiligen Stärken aus der Bundesliga werden wahrscheinlich die meisten Kader schon bekannt sein. Wundert euch nicht. Ich schau mir die ganzen trotzdem an. Zweite Liga kommt als zweites, dritte als drittes. Logischerweise chronologisch alles geordnet. Aber ich will gar nicht lang rumschwafeln. Wir schauen uns jetzt den Kader von Bayern an. Das wird alles relativ im Schnelldurchlauf funktionieren. Ich will euch auch nicht eine Stunde hier zulabern. Weil diese Zeit könnte man damit wirklich verbringen. Aber wiederum eine andere Sache. Bayern München Angreifer. Da haben wir Lewandowski in zweifacher Ausführung. Ebenso wie Müller und Sandro Wagner immer jeweils die Champions League Version dazu. Ich habe ehrlich gesagt von Ultimate Team etc. wenig Ahnung. Wir schauen uns einfach die normalen Karten an. Lewandowski mit der 90 ist ja auch klar. Müller 86, Wagner 78. Nicht mal eine rare Karte, wie man die nennt. Oder ja, auf Englisch dann dementsprechend so. Rodriguez 88, Thiago. Also das ist bei Bayern alles relativ offensichtlich. Was vielleicht ein bisschen spannend ist. Hier Sanchez, der jetzt ein geiles Tor gemacht hat gegen Benfica Lissabon. Hat eine 75. Ist auch nicht unbedingt verwunderlich. Konnte sich ja in der letzten Saison nicht mit Ruhm bekleckern. Dann haben wir da noch ein paar Jugendspieler oder Spieler aus der eigenen Züchtung. Maia, Evina, Schabani und Fein. Der ein oder andere davon hat ja letzte Saison auch schon mal gegen Frankfurt gespielt. Und die 4-0 mit einer B-11 abgeschlachtet. Aber auch wieder eine andere Geschichte. Kommen wir zu den Verteidigern. Hummels 89, Boateng 86. Das sind halt starke Werte. Bei Bayern nicht anders zu erwarten. Kimmich, Alaba, Süle sind dabei. Rafinha, Mai. Und ein Spieler, dessen Name ich nicht wage auszusprechen. Und auch bei den Torhütern, denke ich mal, ist keine große Überraschung. Neuer Ulreich, Starke hat leider aufgehört. Den gab es ja letzte Saison am Anfang noch bei FIFA. Bin ich sehr enttäuscht, dass der nicht mehr dabei ist. Mein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Aber gut, Früchtl, Kasten und Hoffmann noch. Ron Torben oder wie der heißt. Sohn von dem Reporter. Ehemalige Liga 60 Spieler. Aber andere Geschichte. Das ist der Kader von Bayern. Wenn ihr es noch euch ausführlicher anschauen wollt, dann müsst ihr pausieren oder so. Naja. Kommen wir zur nächsten Mannschaft. Das ist jetzt, glaube ich, nicht nach Rangliste geordnet. Oder ist es auf jeden Fall nicht. Kommt Dortmund an Platz oder an zweiter Stelle. Paco Alcacer. Und wenn ich jetzt hier Namen falsch ausspreche, sorry. Dann verbessert mich gerne in den Kommentaren. Das ist kein Problem. Philipp. Alcacer. Issa Kea. Man weiß ja nicht so ganz genau, ob dieser Sturm so ausreichend sein wird. Also was heißt, weiß man nicht. Gegen Frankfurt hat Alcacer gezeigt, dass er eigentlich besser ist als diese 79. War jetzt aber auch nur ein Spiel. Deswegen mal schauen, wie sich die ganzen noch entwickeln. Die werden mit dem Laufe der Saison sicherlich auch besser. Auch Issa Keiner in meinen Begriffen, der neulich noch stärker werden wird. Mit Reus 85 halten wahrscheinlich viele für eine Frechheit. Ja, hätte ich mir auch sicherlich das ein oder andere bessere Rating vorgestellt. Kagawa 83. Witzel 82. Götze 82. Weigel noch 80. Mal schauen, ob der in der Saison noch mehr Einsätze bekommt oder überhaupt Einsätze bekommt. Pulisic. Delaney. Dahut alle mit 79. Dann Wolf mit 77. Rode mit 77. Weiß nicht, ob der auch nochmal eine Rolle spielen wird. Dann Sancho. Schon eine Silberkarte. Gomez. Burnic. Und Brun Larsen. Ich glaube, Brun Larsen konnte ja jetzt in der Bundesliga schon überzeugen. In der Vorbereitung sowieso. Und der wird sicherlich auch noch einen riesigen Sprung machen. Dann haben wir Wanner mit 60. Und Bark hier mit 58. Mal schauen, ob man die nochmal irgendwann sehen wird. Kommen wir zu den Verteidigern. Toprak. Piszczek. Diallo. Akanji. Und Guerreiro. Ja, alle zwischen 82 und 78. Wie gesagt, ich husche jetzt durch. Ich bin schon viel zu lange eigentlich am Labern. Und bin gerade mal beim zweiten Team. Ich möchte euch eigentlich einmal nur kurz alle Kader zeigen. Und dass ihr euch das nicht selber zusammensuchen müsst. Schmelzer mit der 77. Hakimi. Tolljan und Zagadou. Also kein Bronze-Keeper. Äh, Bronze-Verteidiger. Sorry. Bei den Keepern haben wir einen. Bronze-Keeper. Ölschläge. Letzte Saison noch in der dritten Liga aktiv gewesen. Wenn ich mich nicht täusche. Wahrscheinlich täusche ich mich. Aber ist auch egal. Hitz und Bürki. Ja, Bürki noch mit über 80. Auf jeden Fall sieht es da so aus. Kommen wir zu Schalke. Uth mit der 80. Der einzige Stürmer mit, ähm, 80, beziehungsweise 80 plus. Nein, nur 80. Dann die Champions-League-Karten. Dazu sehe ich wieder als relativ, äh, für mich persönlich irrelevant, weil ich damit nichts anfangen kann. Burgstaller. Kono Plianka mit der 79. Harit 78. Die Santo 76. Mbolo 76. Skripski mit 73. Teuchert mit 68. Mal schauen, ob aus Teuchert in der Saison noch was, äh, werden kann. Aber bislang hat er noch nicht einschlagen können. Klar, Saison ist noch jung. Er ist selber auch jung. Aber vielleicht wäre er mal lieber bei Nürnberg geblieben, wenn ich mich nicht täusche. So. Ähm, Haji Wright mit 64. Auch der wäre vielleicht lieber in einer anderen Mannschaft geblieben, wie Sandhausen. Aber ich möchte da niemandem etwas vorschreiben. So, Schalke im Mittelfeld. Rudi mit der 81. Bentaleb mit der 79. Mascarell auch mit der 79. Ähm, stabil auf jeden Fall. Waldschöpf 77. Geis 75. Mal schauen, ob der noch was reißen wird. Suat Serdar von Mainz mit 74. Und Weston McKennie nur mit 72. Das verwundert mich jetzt persönlich. Aber selber hat natürlich noch viel Potenzial nach oben. Und wird sicherlich auch ein potenzialträchtiger Spieler bei FIFA sein. Aber das finde ich relativ krass. Naldo 86. Heftige Bewertung. Nastasic 81. Sané 81. Caligiuri 80. Steht bei den Verteidigern. Ist ja immer Außenverteidiger. Dementsprechend geht das auch so klar. Stambouli mit der 78. Utschipka 77. Barber 76. Sascha Rieta, der echt immer noch im Kader ist, mit der 69. Und Mendiel, ja, mit seinem perfekten Debüt gegen Gladbach, gleich mal gelb-rot gesehen, hat die 66. Im Kasten haben wir einmal Langer. Ich glaube, der ist schon relativ alt. Dann Nübel und Fährmann mit der 83. Geht, glaube ich, so in Ordnung. Vielleicht hätte Fährmann noch den einen oder anderen Punkt mehr verdient gehabt. Aber da möchte ich mich nicht beschweren. Wir sind ja nur dazu da, um uns die Kader mal anzuschauen. Dann Hoffenheim, Kramaric mit der 82. Belfodil mit der 76 ebenso wie Scholloi. Joel Linton nur mit der 69. Wundert mich, dass er auch wieder nur eine 69 hat. Gegen Schachter Donetsch auch gut gespielt. Aber gut. Wieder eine andere Geschichte. Ich möchte diese Werte nicht anfechten. Und zum 20. Mal. Ich will jetzt diese Kader relativ schnell durchgehen, weil wir noch zur 2. und zur 3. Liga kommen wollen. Aber gut. Ich höre mich selber sehr gerne reden. Und naja. Das ist eine andere Sache. Hack. Links außen mit 63. Otto mit 62. Und Skenderowitsch im Sturm mit 60. Ob die was reißen werden, lasse ich einfach mal im Raum stehen. Demir Bay mit der 80. Wird hoffentlich bald wieder komplett in Verfassung sein. Dann wird der Hoffenheim auch weiterhelfen. Bittencourt 79. Verdient meiner Meinung nach. Amiri 78. Wenn er nicht so verletzt wäre, hätte er wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Punkt mehr. Ja, Grifo mit der 77. Rupp mit der 76. Grilic auch mit der 76. Geigernan mit der 70. Ja, leider schwer verletzt. Pires. Philippe Perez mit der 69. Und Baumgartner mit der 60. So. Kommen wir zu den Verteidigern. Vogt mit der 80. Hübner mit der 79. Kaderabek ebenfalls mit der 79. Schulz mit der 78. Nordfeit mit der 76. Okay. Und Zuber auch nur mit der 76. Da hätte ich Zuber aber gerne mal den einen oder anderen Punkt noch mehr gegeben. Aber ich arbeite nicht bei Electronic Arts. Bicacic oder wer auch immer für die Ratings hier verantwortlich ist. Bicacic. Sorry für die doppelte Aussprache. Falscher Weise des Namens. Aber gut, der hat 75. Akpohuma 75 auch. Endlich mal was Besseres. Wird wahrscheinlich in der Saison auch noch steigen. Brennett mit 74. Und Nuhu. Starkgelb. Rot gefährdet auch gewesen. In der Liga schon mit 73. Also noch Silber. Ebenso eben wie Brennett. Hochmann mit 71. Und Posch mit 67. Mal sehen, wie sich diese jungen Spunde noch entfalten können. So gucken wir noch schnell. Schauen wir noch schnell auf die Torhüter Baumann. Kobel und Stolz ähnliche Wertung. 65 beziehungsweise 66. Und Baumann mit der 83. Das geht, denke ich mal, so in Ordnung. Guter Bundesliga-Keeper. Kommen wir jetzt zu den Frankfurt-Spielern. Ja, da ist nichts mehr mit Champions-League-Karten. Da können wir vielleicht auch ein bisschen schneller durchgehen, weil es auch deutlich übersichtlicher ist für mich und für euch. Wahrscheinlich auch. Rebic mit der 79 absolut verdient. Muss er in dieser Saison natürlich wieder bestätigen. Haller mit der 78. Jovic 75. Jovic hätte ich vielleicht auch den 1 oder 2 Punkt noch mehr gegeben, weil ich den nicht viel schlechter, in Anführungszeichen, als Rebic finde. Patienz, ja, sorry. Da wusste ich noch nie, wie er ausgesprochen wird. Oder weiß es seit dieser Saison halt noch nicht. Ist auch noch nicht so lange dabei. Mit der 75. Hörgurta mit der 72. Übrigens rechts könnt ihr immer nachgucken. Ja, ich hoffe, das packe ich mit auf die Screenshots rauf. Ähm, ich sag lieber nichts. Ansonsten vielleicht, wenn es dabei ist, könnt ihr rechts immer raufgucken, wie die durchschnittliche Bewertung ist. Eventuell blende ich das sonst auch einfach so nochmal ein. Andere Sache. Technik und ich passt nicht so zusammen. So, Marco Fabian mit der 78. Krass, dass der, der eigentlich nicht mehr da sein sollte, doch noch da ist und die beste Bewertung im Mittelfeld hat. Hasebe mit der 77. Wundert mich, dass er nicht als Innenverteidiger aufgestellt ist, weil das macht er auch relativ häufig und gerne. Kostic, linkes Mittelfeld, 77. Müller, 77. Krass, dass sie auch noch die sehr fliegen Bewertung haben, aber vielleicht schlagen sie ja jetzt wieder richtig ein. Gerardes mit der 76. Der sieht meiner Meinung nach richtig alt aus. Ähm, hat mich schon bei FIFA 18 gewundert, aber auch wieder eine andere Sache. Fernandes, und wir wollen natürlich nicht oberflächlich sein, und Fernandes mit der 75. Guzman, der Guzman, auch mit 75. Kacinovic, auch mit der 75. Stendera mit der 74. Toro, 73 im Europapokal in der Euroleague getroffen. Kamada, 70. Ich weiß nicht, was mit Kamada los ist, ob der irgendwie nochmal was starten wird. Hängt, glaube ich, seit Ewigkeiten auf dieser Bewertung fest und ja, auch keine Rolle, glaube ich, gespielt. Wirklich, ich möchte natürlich auch niemandem zu nahe treten. Alan mit der 69. Chavar und Chetín, 63 und 59. Die Spieler kenne ich auch einfach nicht. Dann kommen wir zu den Verteidigern. Abraham mit der 79. Schendler mit der 77. Willems, der ja schon wieder vom Platz geflogen ist, jetzt in der Euroleague mit der 76. Salcedo mit der 76. Vallett mit der 75. Da Costa mit der 75 auch deutlich nach oben geschraubt. Russ mit 73. Hatte, glaube ich, letzte Saison zum Ende hin noch 74 zumindest. Tavata, der wahrscheinlich häufiger zum Einsatz kommen wird, wenn Willems immer wieder vom Platz fliegt. Ein dicker, ich glaube, der wird auch noch besser im Laufe der Saison. Wundert mich überhaupt, dass der eine 64 hat. Das ist wirklich eine miese Bewertung. Und Knote und Bayreuther jeweils mit der 60. So, kommen wir zu den Torhütern. Trapp mit 80. Danach Rönne mit 75. Wiedwald nur noch eine 71. Krass, schlechte Bewertung. Der war mal deutlich besser. Ich glaube, der hatte sogar mal, vielleicht sogar schon mal eine 80er-Wertung. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber alles klar. Und dann noch Zimmermann. Und ja, der hat 68. Muss er selber wissen, ob er als vierter Keeper so zufrieden ist mit seinem Leben. Aber das Gehalt stimmt wahrscheinlich. So, kommen wir zu Wolfsburg. Jetzt kommt mein Lieblingsspieler vom Namen her. Wout Wechhorst oder Wechhorst. Ich sage Wechhorst, weil die das im Fernsehen auch so sagen. Und dann muss es ja stimmen. Mit der 77. Bester Stürmer. Ginczek mit der 76. Stefaniak. Wäre der mal bei Nürnberg oder Dresden geblieben. Mit der 69. Und im Sturm Yeboah mit der 60. Naja, der hat auch, glaube ich, keine so rosige Zukunft in Wolfsburg. Schätze ich einfach mal. Mittelfeldspieler. Camacho mit der 80. Relativ brutale Bewertung. Giavogi 79. Mali 79. Der muss auch mal wieder kommen. Arnold mit der 78. Ein Tapp mit der 77. Ein Tapp. Ist der wirklich noch da? Ich will nichts Falsches sagen, aber okay, wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte irgendwie, der war verliehen oder war verliehen, ist jetzt vielleicht auch wieder zurück. Keine Ahnung. Klaus mit der 76. Hoffentlich kommt der irgendwann mal wieder zurück. Ein richtig gutes Talent würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil der hat es drauf. Blazikowski 75. Prekalo 75. Der soll hoffentlich durchstarten oder müsste durchstarten, weil ich den guten Mann bei Kommunio habe. Andere Sache. Steffen mit der 75. Mimedi mit der 75. Endlich mal wieder erfolgreich gewesen. Basuer mit der 74. Azaoui. Oder Azaoui. Azaoui. Mit der 65. Und Rex Bischay mit der 64. Kommen wir noch zu den Verteidigern. Brooks mit der 80. Heftige Bewertung auch. Heftige Bewertung sage ich wahrscheinlich auch schon zum tausendsten Mal. Ich werde vielleicht unten einen Counter einfügen. Werde ich nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht so. Linker Verteidiger 78 hat Roussillon. Bruma mit der 76. Udo Okai auch 76. Krass, der hat sich übel verbessert. Verhaak mit der 75. Tisseron mit der 75. Knochen mit der 75. Gerhard nur noch 74. Das ist bitter. William mit der 73. Jung mit der 72. Das war auch ein Fehler, zu Wolfsburg zu gehen. Aus neutraler Sichtweise wahrscheinlich nicht der richtige Schritt. Seguin mit der 69. Itter mit der 67. Und Jeckel mit der 65. Und im Tor haben wir Castels mit der 82. Perwan mit der 66. Und Menzel mit der 59. Kein Max Grün mehr. Interessant. Okay, das war Wolfsburg. Kommen wir nun zu Leipzig. Werner mit der 83 im Sturm. Paulsen 77. Augustin 76. Kunja mit der 67. Und Krüger mit der 58. Schauen wir mal, ob der noch seine Einsatzzeiten bekommt. Kommen wir zu den Mittelfeldspielern. Wie gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Ich versuche es zumindest einigermaßen. Es geht schon eigentlich viel zu lange. Andere Geschichte. De Kampel mit der 82. Forsberg hat ebenfalls 82. Savica hat 81. Bruma mit 79. Vielleicht wird der jetzt Bruma ausgesprochen. Kein Plan. Dego Demme mit der 79. Ilshankar mit der 75. Massimo Bruno mit der 71. Ja. Ich glaube, der hat keine Zukunft bei Leipzig. Stirlin mit der 62. Und Mekonnen mit der 59. Zu den Verteidigern jetzt. Orban ist der Beste mit 79. Danach Halstenberg, der ja vielleicht mal verletzungsfrei bleibt. Mit der 78. Mokiele 77. Upamecano 76, der gestern im Vogo fast selber einen reingeballert hat. Aber den konnte sein Schlussmann zum Glück noch parieren. Klostermann mit der 75. Leimer ebenfalls 75. Saraci mit der 75. Und Leimer als rechter Verteidiger drin. Okay, das ist auch gut zu wissen. Konaté mit der 73. Und Nukan mit der 71. Noch die Verteidiger. Noch die Torhüter. Gulaschi mit der 79. Mwogo mit der 75. Müller mit der 70. Auch das war wahrscheinlich von Müller nicht der beste Karriereschritt, zu Leipzig zu wechseln. Und Kral mit 58. So, zu Leverkusen. Ich hasse jetzt durch. So, Vorland 81. Alario 79. Ihr werdet... Wahrscheinlich habt ihr sowieso oft stumm und guckt euch das an, weil ihr meine Stimme nicht ertragen könnt. Ähm, Kiesetlin mit der 72. Poyan Palo auch nur 72. Wenn der immer verletzungsfrei bleibt, könnte Poyan Palo echt durchstarten. Bailey mit der 82. Brand 82. Aranguiz 81. Bellarabi 80. Und wahrscheinlich 99 bei Aggressivität. Havertz mit der 79. Baumgartlinger mit der 78. Und mit neuer Frisur. Koa mit der 77. Paulinho 71. Der hat wahrscheinlich viel Potenzial. Ähm, Schreck. Sam Schreck, glaube ich, heißt der. Mit der 61. Keine Ahnung, warum ich der jetzt mal den Vornamen genannt habe. Ähm, und Betnarzik mit der 59. Bei den Verteidigern Tar mit 83 der Beste. Bender mit 82. Also, okay. Das ist jetzt die Herausforderung. Ähm, ich glaube links ist... Verdammt. Ich glaube links ist Lars Bender und rechts ist Sven. Zumindest war Lars immer ein Punkt besser. Aber verbessert mich in den Kommentaren. Ähm. Ähm, achso, wir können es ja an der Position erkennen. Mann, bin ich schlau. Ja, rechter Verteidiger, das ist dann Lars. Und, ähm, Innenverteidiger ist Sven Bender, der von Dortmund gekommen ist vor einer Saison, glaube ich. Wendel, dann linke ist Mittel, linker Verteidiger mit 78. Weiser 78. Heftig. Ähm, Dragovic mit der 77. Jettweil mit der 76. Und Retzos mit der 75. Und die Keeper, Radetzki 84. Heftige Bewertung. Heftige Bewertung, ja. Heftige Bewertung. Macht ein Trinkspiel draus. Özkan mit 75. Kirschbaum, auch geile Frisur mit der 69. Und Kutsch, äh, sorry, bin nicht dazu in der Lage, das richtig auszusprechen, mit der 59. Als vierter Goalkeeper. So, ähm, kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Stindl, immer noch mit der 81. Raphael auch noch mit der 81. Ähm, Plea mit der 80. Drimic 75. Will Alba 62. Und Müsl mit der 59. Da hat sich nicht so viel getan. Kramer 81. Hazard 81. Ähm, Schuss bei Hazard mit 74. Finde ich interessant. Ich finde, Hazard ist so ein geiler Spieler. Nur im Abschluss trifft er häufig mal die falschen Entscheidungen. Ähm, Ibrahima Traore mit der 79. Zakaria 77. Hätte ich Zakaria wahrscheinlich auch den einen oder anderen Punkt noch mehr gegeben. Johnson mit der 77. Strobel mit der 75. Wird wahrscheinlich auch noch besser in der Saison. Neuhaus mit der 73 ebenfalls. Kuisance 72 ebenfalls. Gladbach hat echt einen potentialträchtigen Kader. Ähm, Benes mit der... Laszlo Benes... Benesch mit der 69. Denge mit der 65. Bennett mit der 60. 60. Ginter mit der 80. Krass. Ähm, Langen, der sich schwer verletzt hat. 77. Elvedi 77. Oskar Wendt 76. Janschke 75. Maier 62. Äh, 62. Bayer 62. Paulsen 62. Und Ducure auch mit 62. Sommer mit der 84. Achso, das ist irgendeine Special Card. Ähm, normalerweise mit 82. In der Liga auch auflaufen. Zippel mit der 74. Und Nikolas mit der 62. Wir hassten weiter durch. Ich sag jetzt immer nur die besten drei Spieler. Den Rest... Sorry, ey, sonst komm ich hier nie durch. Ähm, schauen wir uns die Angreifer an. Kruse mit der 82. Harnik mit der 77. Kainz mit der 76. Dann noch Rashica. Osako Pizarro. Johansson. Johannes Eggestein. Und Sargent dabei. Ähm, im Mittelfeld ist Klaassen logischerweise der beste 79. Zusammen mit Sahin, der auch noch eine 79 hat. Und Bartels mit der 77. Eggestein auch 77. Absolut verdient. Bargfrede. Möwald. Kuiper, der sich leider verletzt hat. Und Mbom noch dahinter. Ähm, bei den Innenverteidigern ist Moisander der beste mit der 78. Ähm, der zweitbeste Augustinson mit der 77. Sebastian Langkamp noch mit der 76. Krass, dass der noch so eine gute Bewertung hat. Selassie mit der 76. Und dann noch dazu Vekovic. Kaldirola. Friedl. Bejmo. Keine Ahnung, sorry. Ähm, Vollert mit der 61. Jakobsen beste von Dortmund gekauft oder ausgeliehen. Ich habe keinen Plan. Im Kasten dann Pavlenka. Nur die 82 hätte ich vielleicht eine bessere Bewertung gegeben, weil der war einfach nur geil. Capino mit der 73. Droppen die 73. Das ist auch heftig, wie viele Keeper die haben. Aber auch alle Fälle etc. Und Pluckmann noch dazu. So, kommen wir zur Hertha im Sturm. Nur vier Spieler. Ibizovic mit 77 der beste. Selke hat ebenfalls 77. Köpke 71. Und dann kommt noch Kiprit. Der hat nun einen 63. Zum Mittelfeld. Kalou mit 79 der beste. Darida mit der 78. Und dann Lazaro mit der 77. Dazu noch Sielbrett Lustenberger. Lecky. Duda Meier. Jetzt lese ich euch das hier vor, als könnt ihr den nicht selber lesen. Ähm, schaut einfach drauf. Eswein. Jastrim. Jastrim. Jastrimski. Sorry. Auch da keine Ahnung. Sinankurt. Ja. Tolle Karriere. Gut gemacht. Nein. Tut mir leid für den Jungen. Aber irgendwie wurde er echt falsch beraten. Ähm, Kade. Dardai. Dilrosun. Friede und Kovic. Dazu dann in der Verteidigung. Rekic mit der 79 der beste. Plattenhardt 78. Und Stark mit der 78. Pekarek noch dabei. Turo Rana Riga meiner Meinung nach mit 70 zu schlecht bewertet. Klünter 69. Mittelstadt und Barg noch dabei. Und bei den Keepern. Fünf Stück sind es an der Zahl. Jastrim mit der 82 der beste. Dann kommt noch Kraft. Gersbeck. Klinsmann. Und Smarsch dazu. So. Kommen wir zum VfB Stuttgart. Kommen ist der einzige Stürmer mit Goldstatus mit 81. Danach noch Akolo, Donis, González und Kliment. Alle nicht sonderlich gut bewertet. Im Mittelfeld. Die Davi mit 80. Der beste. Gentner mit 78. Der zweitbeste. Castro. Ascaciba haben ebenfalls 78. Dann ist noch Aoro dabei. Und Erik Tommi, der wahrscheinlich auch noch besser werden wird. Özkan mit 71. Werner auch immer noch dabei. Und Kopacz mit 62. Bei den Verteidigern. Pavard mit der 80. Badstuber noch mit der 79. Der muss sich in dieser Saison mal wieder fangen. Maffeo mit einer 78. Auch heftige Bewertung. Dann noch Insua, Baumgartel, Kempf, Beck und Sosa. Den ich gar nicht kenne. Noch mit dabei. Kommen wir zu den Keepern. Das ist einmal Ron-Robert Zieler mit der 79. Dazu Grail mit der 69. Und Maia mit der 73. Da 63. Und Grail 69. Habe ich mich wahrscheinlich wieder versprochen. Zahlen und so. Zieler sollte sich am besten nicht verletzen. Aber vielleicht zeigt dann auch Grail, was er kann als zweiter Keeper. Will ich gar nicht ausschließen. Dann kommen wir zu Hannover. Fölko krass mit der 78. Gute Bewertung. Wood 72. Gay mit der 65. Und im Mittelfeld der beste Schwegler mit der 76. Bebu hat ebenfalls 76. Und Taraguchi hat auch die 76. Dazu noch Baka Lourdes, Fossum. Wallace oder Wallacy. Edgar Pripp. Sarin Ren, Basé. Da steht auch einfach nur noch Basé. Asano, Bech und Maina. Bech ist doch auch gar nicht mehr dabei. Ist ja nicht zu Midjylland oder so gewechselt. Kein Plan, von welchem Stand hier diese Kader sind. Aber naja. Das ist wiederum eine andere Sache. Maina, ja. Und dann noch zwei Bronzespieler. Bere und M. Garmes. Ist ein Deutscher. Deswegen spreche ich das einfach mal Deutsch aus. Dann die Verteidiger. Anton mit der 77. Der Beste. Korb dabei. Aus Scholleck hat auch die 75 sowie Korb. Und ebenso wie Kevin Wimmer, der gekauft werden will. Wenn ich das richtig in der Schlagzeile gelesen habe. Ellis, Sorg, Philippe, Albonos und Hübers noch dabei. Und die Keeper. Philipp Czauner ist der Beste. Aber nicht die momentane Nummer 1 mit 76. Esser hat 74. Und Weinkauf hat 59. So fünf Teams noch in der ersten Bundesliga. Danach kommt noch die zweite und die dritte. Hei, hei, hei. Wie soll ich das aushalten? Oder wie sollt ihr das überhaupt aushalten, euch das alles reinzuziehen? Ich weiß noch gar nicht, ob das kommt überhaupt. Naja, wenn ihr das hört, dann kommt es wahrscheinlich. Der FC Augsburg. Finn Bogason der Beste. Mit einer 78. Schieber schielt irgendwie ein bisschen auf dem Bild. Dong Wonji, wo auch nur Won steht. Auch interessant. Und Cordova mit dabei. Dann kommen wir zu den Mittelfeldspielern. Da ist Bayer mit 79 der Beste. Gregoritsch hat auch nur 79 auch verdient. Kajubi noch die 77. Und dann kommen Yatscheol Kuh, wo nur Cheol steht. Jonathan Schmid, Khedira, André Hahn nur noch die 73. Moravec, Jensen, Richter. Und mit 59 der schwächste ist Rösch. Zu den Verteidigern. Joffrey, Chauveleo hat die 79. Philipp Max eine 78. Hinterägger 77. Dahinter kommen noch Stafi, Lides, Carlsen, Bracker, Janka. Dann so Teigel, Georg Teigel. Dem würde ich es wünschen, dass der irgendwie mal wieder was reißt. Aber da scheint momentan auch der Zug ein bisschen abgefahren zu sein. Framberger. Dazu noch Götze, Jakob, Aster und Starnitsch mit Bronze-Karten. Und dem Keeper-Segment sehen wir nur zwei. Das sind Andi Lute und Fabian Giefer. Ja, Giefer hat am letzten Wochenende ganz schön daneben gegriffen. Aber, naja, wird vielleicht trotzdem die Nummer 1 bleiben. Ich habe keine Ahnung. Ich will da niemanden raussprechen. So, ich kann das natürlich, wenn ich das wollen würde. Kommen wir zu Freiburg. Im Sturm haben wir Petersen mit der 79. Ist der beste. Niederlechner mit der 75. Dann noch Kleindienst, Höhler und Waldschmidt. Mal schauen, wie die sich jeweils entwickeln. Vor allem Waldschmidt wahrscheinlich noch etwas nach oben. Jerome Gondorf ist mit so einer Special-Karte hier der Beste. Aber ansonsten Rave, der endlich mal verletzungsfrei bleiben sollte. Und auch foulfrei bleiben sollte. Mit der 76 der Beste. Dahinter kommt Gondorf mit der 75. Habra nur die 74. Kann man sich auch sicherlich drüber streiten. Dazu noch Franz, Höfler, Terrazino, Abraschi, Kammerbauer, Brenton Borello, Kart und Stanko. Ich habe keine Ahnung, warum ich bei manchen den Vornamen mit dazu sage und bei manchen nicht. Kommen wir zu den Verteidigern. Da ist Dominik Heinz der Beste mit 77 dazu. Günther mit 75 und Gulde mit 74. Ansonsten Stenzel, Koch, Kübler, Lienhardt, Schlotterbeck und Okorojoie dazu. Wahrscheinlich komplett Okoroji. Falsch ausgesprochen. Kein Plan. Sorry wieder an die Freiburger Fans. Kommen wir zu den Keepern. Das sind drei Stück an der Zahl. Frommann mit der 60. Flecken mit der 72. Und Schwolo mit der 77. Auch verdient. In meiner Sichtweise. Bei Mainz der Beste. Stürmer ist Quaison. Dazu Boetos und Uja mit 74. Beziehungsweise 73. Dahinter noch. Berggren, Mateta nur mit der 71. Devante Parker. Oder ist das Sean Parker? Ne, das ist glaube ich Devante Parker mit der 64. Und Burkhardt mit der 58. Die Mittelfeldspieler Jebamin ist der Beste mit 79. Latza mit der 77. Und Öztunali mit der 74. Dazu noch Maxim Onisivo. Gerrit Holtmann. Malong. Achso, das ist Malong. Das ist doch Pierre Kunde oder was. Ähm, naja. Halimi, Baku und Martins. Baku immer noch mit so einer schlechten Bewertung. Ähm, naja. Aber ist schon besser als die 59 im letzten Jahr. So kommen wir zu den Verteidigern. Aaron Martin. Aaron Martin. Ich glaube, das ist der. Ähm, ist der Beste mit 77. Dazu Brozinski 76. Und Bell mit 76. Danach kommen noch Hak Donati. Nico Bungert. Bussmann. Nia Katté. Philippen Wehne. Und Gürlejen. So. Und bei den Keepern sehen wir auch eine große Auswahl. René Adler. Aber der ist momentan verletzt. Deswegen Hu Zentner und Müller, die das unter sich ausmachen. Ich glaube, Müller ist momentan. Der vorne dran steht. Und als fünfter Keeper noch Damen. So. Kommen wir zu den Nürnbergern. Die besten Angreifer sind Kubo und Ischak. Jeweils mit 73. Dazu Srelak mit der 67. Dahinter kommen noch, ähm, Martínez. Das ist, ist das Palacios? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ähm, mit der 65. Und Knöll mit der 63. Bei den Mittelfeldspielern. Mateusz Pereira mit der 76. Der beste dahinter. Hanno Behrens mit der 75. Und dann ein fetter Abfall. Um 5 Punkte mit 70. Eduard Löwen. Heißt, glaube ich, Eduard. Ähm, danach noch Sebastian Keak. Edgar Sully. André Petrak. Patrick Eras. Jetzt muss ich, jetzt muss ich auch alle sagen. Jäger. Verdammt, da weiß ich nicht, wie er heißt. Tillmann und Fuchs. Weiß ich leider auch nicht. Wahrscheinlich ist Eduard Löwen sogar schon falsch. Ähm, zu den Verteidigern. Markreiter mit der 74. Everton ebenfalls mit der 74. Leibold mit der 73. Dahinter noch Bauer, Valentini, Mühl, Goden und Lippert. Bei den Keepern ist Martenia, der numerisch beste. 73. Klandt mit der 69. Und Bredlow ebenfalls mit der 69. Momentan ist ja Bredlow die Nummer 1. und zu guter Letzt Fortuna Düsseldorf in der 1. Liga und dann haben wir es endlich geschafft. Ich kann es gar nicht fassen. Marvin Duxch mit der 73. Hennings ebenfalls mit der 73. Nils mit der 70. Dahinter noch Kujovic und Majic. Ähm, bei den Mittelfeldspielern ist Kevin Stöger der Beste. Von Bochum gewechselt dazu Usami und Rahman. Dahinter kommen Rahman, Karaman und Karaman. Ich kann es nicht fassen. Warum bin ich da noch nicht vorher drauf gekommen? Alfredo Morales, Sobotka, Fink, Luke Bakio, Barkok, Bozek, Zimmermann, Lovren, Fröse, Duman im Mittelfeld. Dann in der Verteidigung kann Eihann der Beste mit 75. Dahinter Gieselmann mit 73. Ebenso wie Kaminski die 73 hat. Dazu noch Hoffmann, Zimmer, Contento, Boromuth, Gül, Lukoki, Lukoki und Siadas im Keeper-Segment wiederum. Rensing mit der 73, Wolf mit der 72 und Wiesner mit der 59. Das war es jetzt mit der ersten Bundesliga. Jetzt geht es gleich weiter mit zwei weiteren Ligen. So, da sind wir jetzt bei der zweiten Liga und es geht jetzt schneller. Ich lese mal den Besten vor und den Rest ratter ich einfach runter. Dovedan ist im Sturm. Der Beste mit 69. Dahinter noch Tomala, Glatzel und Schmidt. Der Beste im Mittelfeld logischerweise bei Heidenheim ist Schnatterer mit 75. Es folgen Grießbeck, Thiel, Andrich, Pusch, Skake, Dorsch, Lenkfort, Multtaub, Sesser und Kielitsch. In der Verteidigung Arne Feig, Wittek, also Arne Feig ist der Beste mit 70. Wittek ebenfalls 70. Dahinter Teuerkauf, Strauß, Beermann, Manon Busch, Steuerer, Meinker und Reitmeier. Und im Kasten der Beste Müller mit 71, Eicher mit 67 und dann Köbbing mit 57. Kommen wir zum 1. FC Köln, wo auf wahrscheinlich die meisten gewartet haben, ist auch die mit Abstand bessere Mannschaft. Terodde mit der 76, danach noch Cordoba, Zoller und Girassi im Mittelfeld. Cosiello mit 77, heftige Bewertung wirklich. Der Beste dahinter Höger, Risse, Louis Schaub, Drexler, Clemens, Lehmann, Özkan, Hauptmann, Nathai und Führig. Bei den Verteidigern Hector, der Beste mit 69, Georges Schmere ebenfalls mit 77. Noch eine goldene Karte dahinter, Sörensen, Sobig, nur noch mit der 74, hatte glaube ich schon mal eine 75. Andere Sache, Cichos, Schmitz, Juan, Bader und Bissek im Kasten. Der Beste logischerweise, Timo Horn mit der 83, Kessler, Scott und Bartels Folgen. So, der 1. FC Magdeburg, da ist Türpitz der Beste im Sturm mit 70. Dahinter Beck, Lohkämper, Kostli, Schahit, Bülter, Harand und Berischer. Im Mittelfeld Niemeyer der Beste, linkes Mittelfeld mit 68. Preisinger hat auch eine 68 als Sechser ebenso. Sechser wie Rota, der auch eine 68 hat. Dahinter noch Butzen, Erdmann, Quattwo und La Prevot. In der Verteidigung Brigerie, kurz vor Transferstoß noch gekommen, mit der 72 der Beste. Dahinter Weil, Injowski, Handke, Hamann, Schäfer, Müller und Abu Hanna. Und im Kasten Jasmin Felsic, der Beste mit der 71. Brunz, der jetzt zuletzt auch gespielt hat mit der 64. Und Seidel mit der 60. Kommen wir zum 1. FC Union Berlin. Joule, ganz vorne mit der 72, ebenso wie Polter. Die 72 hat Gogia, Andersson, Abdullahi, Hedlund und Redondo. Der 1. FC Union Berlin in Mittelfeld mit Kroos, mit der 72 am besten bedient. Schmiedebach hat auch eine 72. Ansonsten folgen Prömel, Hartl, Mees, Zeynulahu, Ryerson, Dietz oder Ryerson ist ja, ja Ryerson eher, ist ja Norweger. Dietz, Meloni und Taz in der Verteidigung. Reichel mit 73 der Beste. Danach noch Tocheron, Trimmel, Hübner, Friedrich, Schönheim, Parenzen, Kurzweg. Lenz und Schösswender, ein ziemlich ausgeglichenes Abwehrbollwerk. Bei den Keepern ist Gikiewicz der Beste mit 72. Dahinter Jakob Busk, Jensen mit der 70. Und als dritter Keeper Moser mit der 53. Zum nächsten Verein. Arminia Bielefeld, jetzt geht es hier wirklich Schlag auf Schlag. Sorry, aber ich muss einfach mich ein bisschen beeilen. Ich muss gleich noch zum Training. Arminia Bielefeld ist im Sturm besetzt mit Vogelsammer. Das ist der Beste. Dahinter noch Kloos, Schiplock, Brandi, Owosu und Edmundson. Edmundson wird auch definitiv noch eine heftige Bewertung nach oben bekommen, glaube ich, in dieser Saison. Schütz als Mittelfeldspieler mit 72. Der Beste dahinter. Prietl, Weihrauch, Christiansen, Staude, Nöte. Nöte auch noch bei Bielefeld. Spielt auch gar keine Rolle mehr. Massimo mit der 65. Mittlerweile auch Seufat, Quaschner, Sia und Uca. Oder UK, ich weiß es nicht, sorry. In der Verteidigung. Börner der Beste mit 73. Dahinter Behrendt, Hartherz. Hartherz nun in 70. Naja. Salga, Klaus, Brunner und Özkan. Der wird jetzt wirklich Özkan ausgesprochen. Und in der Keeper-Sektion wieder Ortega mit der 73. Der Beste absolut verdient. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil das ein echt starker Torhüter ist. Clevin mit 67 und Gay mit 61. So, zu Dresden kommen wir dann. Der Beste ist Duljevic im Sturm mit 69. Dahinter Berko, Röser. Röser würde ich auch mal ein bisschen Punkte nach oben geben. Möschel, Kuzay und Atilgan mit 57. Dahinter dann im Mittelfeld Ebert mit 71. Der Beste finde ich krass. Hartmann, Benatelli, Aosman, Horfat, Nikolau, Atik, Löwe und Hauptmann. Das sind für mich alles Spieler, die irgendwie seit Jahren auf diesen Werten festhängen und einfach nicht besser werden. Warum auch immer. Also bei FIFA irgendwie keine bessere Bewertung kriegen. Aber, naja, vielleicht halten die einfach das Niveau. Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung. So. In der Verteidigung mit 71 haben wir da drei Stück. Das sind Hämmeleinen, Dumic und Heise. Dahinter Ballas, Gonter, Walquist, Kreuzer und Müller. Auch eine sehr ausgeglichene Defensive. Und im Kasten Boss mit der 67 der Beste. Schubert hat auch eine 67 und Vigas mit der 64 dann dritter Keeper. Kommen wir zum nächsten Verein. Erzgebirge Aue. Bertram ist der Beste mit 68. Dahinter Nazarov mit der gleichen Bewertung. Testrot, Emanuel Joa, Pronicev und Krüger. Im Mittelfeld ist Hochscheid der Beste mit 70. Wydra dazu. Vandrich, Kvesic, Riese, Baumgart, Hermann, Hemmerich und Hertel. In der Verteidigung Tifat, also jetzt wirklich auch offiziell als Innenverteidiger eingetragen. Mit 70 der Beste. Kakutalua, Breitkreuz, Rizzuto, Fabian Kalich, Rapp, Kempe, Strauß und Kusic. Im Kasten Mendel der Beste mit 71. Hätte, finde ich, auch etwas bessere Bewertung noch verdient. Als zweiter Keeper dann Haas, Jendrusch und Schlosser folgen. Jetzt zu Ingolstadt. Da ist Sonny Kittel der Beste mit 75. Echt gute Bewertung. Lescano, Pledel, Benshop, Kutschke, Osavo und Kaya folgen. Im Mittelfeld Christian Tresch, der sich verletzt hat. Der Beste mit 74. Almohkohen, 73. Kehrsbaumer, Leipatz, Krause, Röcher, Diawusi, Gimba, Rinderknecht, Sussek und Breitfeld. Ebenfalls im Mittelfeld dann die Verteidiger. Das ist Marvin Matip mit der 74. Mit Abstand der Beste. Schröck kommt dann noch dazu. Letztes Jahr, glaube ich, auch noch Mittelfeld gewesen. Galvao. Lukas Galvao, glaube ich. Gauss, der einen schwarzen Tag erwischt hat gegen Bochum. Sorry, ich will gar nicht viel labern. Ananu, Ottavio, Neumann und Gelsbeck. Im Kasten Knaller der Beste mit 70. Philipp Herrwagen eine 64. Und Buntic mit der 60. Kommen wir nun zum FC St. Pauli. Alagui, der Beste mit 70. Und jeder, der schon mal ein Spiel von Pauli gesehen hat, wird sich fragen, wie kann Alagui 70 haben. Ich frage mich das an dieser Stelle auch. Aber, naja, andere Sache. Diamantakos, Henk Fährmann und Schneider. Dann noch dazu im Mittelfeld. Buchtmann, der Beste mit 73. Absolut verdient. Deli, Sobotta, Shahin, Nerich, Flum, Neudecker, Duziak, Miaichi, Cordes, Zehier und Becker. Dahinter im Abwehraufgebot. Knoll, der Beste mit 73. Auch verdient. Zirais, Avevor, Bubala, Hornschuh, Zander, Kalla, Schopenhauer. Warum der noch bei Pauli ist, verstehe ich auch nicht. Nicht, weil ich was gegen ihn habe, sondern weil er einfach nicht spielt, keine Rolle irgendwie bekommt. Und Parki Jung mit 65 und Koglin mit 61. Also, wow. Und die Torhüter Himmelmann mit der 70, Korbinian Müller mit der 64 und Brodersen mit der 61. Der dritte Keeper. Kommen wir zum Hamburger Sportverein. Lasogga. Oh, und das ist eine Informkarte oder wie man das nennt mit 79. Hwang hat 72, ist damit der Beste. Lasogga, Arp, Winsheimer und Drafts oder Drafts dahinter. Im Mittelfeld zwei mit der 76. Das sind Hand und Holtby. Es folgen Jairo oder Samperio. Christoph Moritz, Ito, Narai, Mangala, Steinmann, Yatta, Janjicic, Ferrati, Quateng und David. Oder in der Verteidigung. Papadopoulos mit der 78. Immer noch heftig, dass der die Bewertung behalten hat. Aber hat ja auch am Ende gefeitet. Santos mit der 75. Dahinter Sakai, Jung, Van Rongelin, Lacroix, Ambrosius, Bates, Pfeiffer und Vagnumann. Im Kasten der Beste. Pollersbeck mit 72 auch verdient in meiner Sichtweise. Mikkel und Behrens folgen. Nun zu Holstein Kiel. Gürt ist der Beste mit 69. Dahinter Seidel, Serra, Merschel, Zen und Awuku. Im Mittelfeld Schindler mit 71 auch verdient. Meiner Meinung nach dahinter. Dakinsombi, Meffat, Leverenz, Mühling und Peitz. Ich bin gerade etwas irritiert, von welchem Stand diese Kader sind, weil hier ist noch nicht mal Lee. Naja, warum der hier nicht ist, verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Honsack, Janzer, Siedschler, Karazzo und Sander. Wahl in der Verteidigung mit 70 der Beste. Dahinter Schmidt, Berg, Tesker, also Vandenberg, Tesker, Hermann, Dehm, Fleckstein, Sicker und Mohr. Und im Kasten Kronholm mit 70 der Beste. Dahinter Reimann und Weiner. Bayern-Regensburg ist im Sturm der Beste. Grüttner mit der 71. Dahinter Adamjan, Niedfeld, Gadioui, Vrenetzi und Hüseni im Mittelfeld. Der Beste Jan-George oder wie man den ausspricht. Dahinter Desch, Leis, Geipel, Freis, Stolze, Derstorf und Talhammer in der Verteidigung. Correa oder Correa der Beste mit 70. Nanzig, Sala nach einer Folgen. Sörensen, Föhrenbach, Palliones, Hain, Volk, Meer, Odabas und Kopp. Und im Kasten Pentke mit 70 der Beste. Dahinter Weiß und Weidinger. Kommen wir zum MSV Duisburg. Boris Taschi mit der 70 der Beste. Dahinter Verhoog, Ilyuchenko und Suku Tapasu. Im Mittelfeld ist es Schnellhart mit 71, der die beste Bewertung hat. Aber ebenso wie Fröde und Stoppelkamp. Dahinter Olivia Sosa mit der 70. Giao, Engin, Wiegel, Gartner, Albutat und Daschner. Im Abwehrverbund Wolze mit 73 der Beste. Absolute, äh, absoluter Lichtblick bei Duisburg. Dazu Neumann, Nauber, Bohmheuer, Regesel, Heiri, Blomeyer, Jä oder Li Jä, weiß ich nicht. Und Schmeling im Kasten. Mesenhöhler, der Beste mit 67 dahinter. Davari und Brenndig. Kommen wir noch zum SC Paderborn. Fünftletzte Mannschaft. Der Beste im Sturm, Sven Michel. Der hat auch in der 3. Liga letzte Saison absolut rasiert. Mit der 70. Dahinter Dükker, Gucchiado, Selkos und Manek. Im Mittelfeld ist Klement der Beste. Der hat 69. Dahinter Ritter auch eine 69. Ist folgend Schwede, Antwi, Adjesh. Jasula, Zolinski, Vassay. Oder Vassay. Vassiliadis, Tepetai, Dräger, Bertels, Wimmer. Kariami, Karimani. Klingt gut. Karimani, Schindler im Mittelfeld. Der Beste Verteidiger ist Hünemeier. Danach Strodig, Schonlau, Böder, Collins, Herzenbruch, Fässer und Heil. Im Kasten der Beste, Zingerle mit der 67. Dahinter noch Ratajcak und Brüggemeier. Kommen wir noch zu Greuther Fürth. Parker ist der Beste. Das ist jetzt Sean Parker. So, Keita Ruel und Reze noch dahinter. Der Beste Mittelfeldspieler ist Nikom Ladic mit der 70. Dahinter Green, Aicicek, Ideguchi. Hat auch schon getroffen. Raum, Guganich, Ernst, Sontheimer und Artanga. Folgen mit Bronze dann noch Kirsch, Abuchabaka und Steininger. In der Verteidigung Maluccia der Beste mit 71. Aber da gibt es ein paar 71er. Kalijuri und Hilbert ebenfalls. Wittek dahinter, Sauer, Magiar und Mohr. Zu guter Letzt die Keeper. Burchardt der Beste mit 70. Dahinter Königsmann, Funk und Schafran. Kommen wir zu Darmstadt 98. Wurz der Beste mit 70. Platte ebenfalls die 70. Dorsun, Beuth und Gels leichter folgen. Im Mittelfeld der Beste. Jones mit 74. Brutale Bewertung. Heller, Kempe, Medojewic stark. Wilson, Kamabuaka, Melem, Lakasset und Gaines dahinter. Im Abwehrverbund wiederum. Itouch, Sulu der Beste mit 74. Holland, Franke, Serigo, Höhn, Herdner und Rieder jeweils dahinter. Der Beste Keeper, Heuer, Fernandes, Nune 73. Hätte meiner Meinung nach auch noch ein paar Punkte mehr verdient. Dahinter noch Stritzel und Sattelmeier. Kommen wir zum SV Sandhausen. Das ist Andrew Wooten mit 70. Der Beste. Muss er in dieser Saison aber auch mal wieder beweisen. Dahinter Gislason. Schleusener, Gede und Behrens im Mittelfeld. Linsmeier mit der 72. Kulowitz 69. Dahinter Dackfuß, Taffer Zofa. Gibt ja zwei Taffer Zofa im Profisport. Vollmann, Müller, Förster, Jansen, Zenger, Guaida und Hansch. Im Abwehrverbund. Ich sage immer Abwehrverbund, weil ich im sage, damit es grammatikalisch korrekt bleibt. Normalerweise würde ich sagen in der Verteidigung, aber das ist eine andere Geschichte. Klingmann, der Beste mit 72. Dahinter Zirov, der bislang mir zumindest noch nicht auffällig wurde. Knipping, Pakarada, Karl Kister, Verlade, Segat, Rossipal und Gibson. In der Kastenrichtung, im Kasten stehen. Schuhen mit 70. Der Beste dahinter Lomp und Wolle. Mir geht langsam so wirklich alles oben im Kopf aus, aber das muss jetzt auch so sein. Hinterseer, der Beste Stürmer bei Bochum mit 73. Gan Wohler als Zweiter Stürmer noch dabei. Im Mittelfeld ist Robby Cruz der Beste mit 73. Dahinter Sam, Lucia, Tesche, Eisfeld, Weiland, Maia, Janelt, Pantovic, Zaglam oder Salam und Ekinciar. Auch wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Der Beste Verteidiger ist Danilo Suarez mit 72. Dahinter Hoagland, Jamra oder Giamera. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Jamra ist richtig. Celotzi, Fabian, Pertl, Bandowski, Leitsch und Bark. Und Leitsch endlich auch zumindest 60, damit man ein bisschen was mit ihm anfangen kann. Im Kasten der Beste Riemann mit der 69. Wunderschöne Frisur mittlerweile Dornebusch und Kraft dahinter. So, kommen wir jetzt noch zur dritten Liga und da rasiere ich jetzt durch. Spive ist der Beste im Sturm bei Kaiserslautern mit 70. Dahinter Thiele, Biader, Hut und Esmel. Im Mittelfeld der Beste, Mats Ahlbeck mit 61. Dahinter Zuck, Hemmlein, Bergmann, Löhmannsröben, Pick, Fechner und Sickinger. In der Verteidigung ist der Beste, Kraus mit 69. Dahinter Dick, Heino, Özdemir, Sternbeck, Schad, Gottwald und Bottiserio. So, bei den Keepern ist Hesel der Beste mit 60. Sivas hat auch eine 60 dahinter. Kommen wir zu Braunschweig. So, ich sag nochmal kurz, wenn ihr euch das ausführlich angucken wollt, dann macht am besten Stopp. Aber ich will das einmal kurz durchgehen, damit vielleicht nicht jeder sich das alles rausholen muss. Aber, naja, andere Geschichte ist... Ich mach einfach weiter. Hört mir nicht mehr zu. Ich nehme hier fast seit einer Stunde das auf und ich bin so fertig in der Birne. So, Braunschweig, der Beste Stürmer ist Niemann mit 72. Dahinter Hoffmann, Adetula, Otto und Abifade. Im Mittelfeld Fürstner mit der 70. Der Beste, Bulut, Putaro, Fasco, Fejzulahu, Thorsen, Wranjit, Schanbas, Weiger und Bürger folgen. In der Verteidigung Walzwick, der Beste mit 71. Dahinter Kijewski, Burmeister, Tengaga, Becker in Kansa, Amundsen, Kolgechi, Sauerland und Otto. Also auch der zweite Otto. In dem Kerstin steht Engelhardt mit 62. Der Beste, dahinter noch Bangso und Biržukov. So, kommen wir zum FC Energie Cottbus. Mamba, der Beste Stürmer mit 64. Dahinter Scheithauer, Bejazid und Broschinski. Im Mittelfeld der Beste, Viteriti mit 65. Dahinter Starnese, Zimmer, Kruse, Weidlich, Freiters, Geißler, Ziegenbein. Der Ziegenbein. Also das wäre krass. Zickert, Graudens, Germann, Schneider und Geißler. So, bei den Verteidigern ist Stein der Beste mit 65. Dahinter Schlüter, Matuwila, André Starzeff, heißt glaube ich André Starzeff. Baude, Knechtel und Grundmann. Im Kasten der Beste, Aftus Barhetsch mit 62. Dahinter noch Rauhut und Stavecki. Bei Karls Eisjena ist der Beste Stürmer. Starke mit 67. Dahinter Günter Schmidt, Tietz, Brückmann. Einer von den beiden, Rodgersson und Jeppel. Im Mittelfeld der Beste, Kevin Pannewitz. Krass mit 66. Dahinter Eckert auch mit der 66. Sonst Schenkua dabei, Wolfram, Eismann, Bock, Erlbeck, Stenzel, Schau und Schlegel. Im Abwehrverbund, Gion Kroh, also ich glaube, den spricht man Kroh aus, ist ja Franzose. Mit 65 der Beste. Dahinter Slamar, Brückmann, der er rot gesehen hat. Grösch, Gerlach, Kühne, Schüler, Suchus, glaube ich, Reitstätter. Und im Kasten der Beste, Joe Coppens mit der 63. Dahinter Koskor und Zedlack. Fortuna Köln. Bester im Sturm, Hartmann mit 70. Dahinter Pintol und Exlager. Im Mittelfeld der Beste, Kegel mit 68. Dahinter Andersen, Scheu, Damani, Jeboa, Kurt, Bröker, Brandenburger, Eberwein, Kessel, Scheylan und Otschowski folgen. In der Verteidigung am besten ist Ruprecht mit 68. Dahinter Schick, Uafero, Ernst, Fritz, Kjere, Eichhorn und Koyic. Und im Kasten der Beste ist Rehn mit 63. Dahinter noch Poggen, Borg und Bruns. Beim FSR Zwickau ist König der Beste im Sturm. Logischerweise mit 65, aber Eisele, Bonga und Kremsel kratzen da wahrscheinlich dran. Vor allem Bonga gefällt mir sehr gut. Im Mittelfeld der Beste, Frick mit 66, Königke auch mit der 66. Ansonsten Reinhardt dabei, Bickel, Miatke, Gaul oder Gaul, keine Ahnung. Rodas, Mäder, Lauberbach, Hoffmann und Hodeck im Abwehrverbund. Abwehrverbund, Wachsmut der Beste mit 67, ebenso wie lange. Dahinter Antonic, Schröter, Barilla, Aquistapace, Sorge, Bayer und Kartal. Es ist auch interessant, dass Aquistapace jetzt da abgeblieben ist, wenn das der ist, von dem ich glaube, dass er jetzt ist. Bei den Keepern der Beste, Brinkis mit der 67, dann eine große Kurve nach unten. In Sprang und Kamenz noch dabei, kommen wir zum Halleschen FC. Pascal Sohm, der Beste im Sturm mit 65, dahinter Matthias Fetsch. Und ja, bei den Mittelfeldspielern des Bentley Baxter waren der Beste mit der 66. Ansonsten Warshausen, Manu, Lindenhahn, Jopek, Lindenhahn aber eigentlich immer in der Endverteidigung jetzt zu finden. Jopek, Adjani dabei, Bohl, Haier, Tuma, Henschel, Fiedler, Ludwig und Guttau in der Verteidigung. Mai mit der 64, dabei Starost, Schick, Schilk, Landgraf, Arkenberg und Kastenhofer im Kasten. Müller, der Beste mit 64, hat glaube ich letzte Saison ein Tor gemacht. Eisele und Zach noch dabei. Der FC Hansa Rostock jetzt. Am besten ist da Pascal Breyer im Sturm mit 65, dahinter Königs und Williams. Im Mittelfeld Suku, der Beste mit 67, die hat aber auch Wannenwetsch, Bülow, Hilsner, Brischoff, Biancardi, Fsef, wenn man den so ausspricht, sorry. Pepic, Busiane, Scherf, Donkor, Hildebrandt, Rheintaler und Berger dahinter. Im Abwehrverbund noch Hüsing mit der 70, der Beste, Riedl, 67, Rankovic und Rieble dabei. Auch da fehlt wieder einer. Kein Plan, was das hier für ein Stand ist, aber andere Geschichte. Ich glaube weitestgehend sind die ja komplett Orleshausen mit der 62, der Beste, Keeper, Gelios, Gründemann und Sebald noch dahinter. So kommen wir zum KSC. Der Beste ist Fink im Sturm mit 69. Pourier, Sané, Stroh, Engel, Choi und Amu und Vujinovic folgen. Im Mittelfeld der Beste, Muslia, Vanicek mit 67, dahinter Röser, Chamoglu oder Chamolu, Lorenz, Stiefler, Möbius, Siebeck und Haneck. Im Abwehrverbund der Beste, Gordon mit 69, ebenso wie Pissot. Dahinter folgen Rossbach, Stoll, Tide, Kobalt, Zwerko und Kircher. Der Beste, der Beste, Keeper ist Obhoff mit 69, dahinter noch Müller und Schragel. Kommen wir zum KFC Uerding. Sehr interessant wahrscheinlich. Beister mit der 68, Musculus mit der 63, Endres mit der 56. Der Beste Mittelfeldspieler ist Aigner mit 71. Dahinter Daube, Konrad, Kefkir, Schwertfeger, Öztürk, Flücke, Krempitzki, Ibrahimei, Rüther, Mohamed, Litka, Dörfler, Cessa, Schelenz und Holdak. In der Verteidigung Großkreuz mit 71, der Beste, wahrscheinlich kommt Dominik Marot noch über seinen Wert. Dahinter Schorch, Dorda, Müller, Erb und Bittroff. Im Kasten steht dann Vollert mit 66, der Beste. Dahinter noch Benz und Schneider. Kommen wir zu Preußen Münster. Der beste Angreifer ist Kobilanski mit der 67. Dahinter Dadaschow, Waschewski und Akono im Mittelfeld. Pires der Beste mit 66, die hat Rühler, aber auch dann Hoffmann, Müller, Wiebe, Klingenburg, Braun, Schwarz, Kueto, Heinrich, Knüwer und Konze. In der Verteidigung Schwers und Scherder, jeweils mit 67 die Besten. Menig kommt, danach Schkitner, Heidemann, Leinus, Tetzel und Borgmann. Und im Kasten ist Schnitzler der Beste mit 65 ebenso, aber wie Nihus. Der hat auch die 65 und Prinz noch dazu. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Kommen wir zu Sonnenhof, Groß Asbach, Timo Röttger, der Beste. Stürmer im Kader mit 65, dahinter himm wie Bidulu und Meiser. Im Mittelfeld Bösel mit 64, der Beste, aber auch Binakai und Fehr haben diese Bewertung. Baku, Jülich, Geretskiger, Giher, Owosu, Hoffmann, Pelivan, Herrcher und Hingerl folgen. In der Verteidigung Leist der Beste mit 68, dahinter Gering, Wietzum, Thermann, Poggenberg, Burga und Koruba. Und im Kasten zwei Stück, das ist einmal Broll. Der hat die Beste Bewertung mit 65 und dahinter noch Reule. Kommen wir zu den Sportfreunden Lotte. Zu den Sportfreunden Lotte. Yildrim mit 61, der Beste, Stürmer, Breitfelder und Carvenia noch dahinter. Ähm, Wegkamp müsste jetzt eigentlich noch dazu kommen. Keine Ahnung, warum der jetzt hier nicht ist. Ich weiß es einfach nicht. Ähm, im Mittelfeld Pioszek mit 66, der Beste, Wendel kommt dahinter, Reimring, Österhelwig, Putze, Lindner, Schmidt, Hoffmann und Plume noch dahinter. Ähm, die Verteidiger, da ist Straight, das ist ein Kanadier, hat mit 66 die Beste Bewertung. Rahn, Schulze, Neidhardt, Langlitz, Alhazime, Ebot Echi, Schato, Pütlik, Avassi und Stelzer folgen. Im Kasten der Beste, Kroll mit 61, dazu noch Quint und Zumag dabei. Bei Unterhaching ist der Beste, äh, oder sind die Besten im Sturm. Das Traum-Duo Sascha Bigalke und Stefan Hain jeweils mit 69. Dahinter Wiedemann, Schimmer, Kraus und Kaltner. Im Mittelfeld Dominik Stahl und Hufnagel, die Besten mit 66 jeweils. Danach kommen noch Müller, Porat, Schwabel, Schwabel jetzt was Besseres als eine 54, wie er bei FIFA, äh, 18 noch hatte. Kiyomo Zoglu, Hagen, Marseiler, Seok und Osmanowski, sorry. In der Verhaltung mit 66 der Bestes, Endris dahinter, Dombrovka, Winkler, Greger, Welsmüller, Bauer und Elig. Und im Kasten der Beste, Königshofer dahinter noch Gurski und Mantel. Kommen wir zum SV Meppen und, ja, am Ende folgt auch noch 68, keine Sorge, die sind auch noch dabei. Ähm, Born der Beste mit 63, Wegner, Tankulic haben aber auch 63, dahinter noch Undaf und Goldschmidt. Im Mittelfeld, ähm, Leugas mit 66 der Beste, dahinter noch Granatowski, Kleinsorge, Wagner, Puttkammer, Posipal, Kremer, Detas und Demai. In der Verteidigung, Balmant mit 66 der Beste, dahinter Gebers, Widowitsch, Frisogic, Armin, Senninger, Jeska, Schewski, Komender, Nuxol, Püschel und Hormann. Im Kasten der Beste, Domaschke mit 66, dahinter noch Gies mit 59 und Haasmann, sogar nur mit einer 49. Ähm, kommen wir zu Wienwiesbaden, Manuel Schäffler mit 70 der Beste, logischerweise dahinter Brandstetter, Guder, Kjere und Martinovic. Im Mittelfeld der Beste, Andrist mit 69, dahinter Schönfeld, Ditken, Mwurza, Schmidt, Dams, Schwardow, Schipnowski und Lorch. In der Verteidigung am besten ist Sascha Mockenhaupt, heißt glaube ich Sascha mit 69, dahinter Kuhn, Minzel, Modica, Wachs und Redemann. Im Kasten, Kolke mit Abstand der Beste 69, Wadkowiak und Albrecht folgen. Jetzt sind wir beim TSV 1860 angelangt, die beste Bewertung hat Grimaldi mit 68, Mulders 67, Cireis 63. Im Mittelfeld hat die Beste Bewertung Lex, aber ebenso wie Kirin Moll mit der 67, dahinter Wein, Kager, Abruskia, Kindsvater, Bekiroglu, Berzel, Kusu, Böhnlein, Wilsch, Seferings, Helmbrecht und Türk. In der Verteidigung am besten ist Steinhardt mit 65, dahinter Weber, Mauersberger, Lorenz, Paul, Köppel, Weger und Belkahia. Im Kasten, Bohnmann mit der 63, der Beste, Hiller und Hipper noch dahinter. Drei Mannschaften kommen noch, unter anderem Osnabrück, Alvarez mit der 66, der hat hoffentlich einen richtig geilen Freistoß bei FIFA, mit 66 der Beste, aber ebenso wie Haider, der auch eine 66 hat, dahinter Blacher, Amenido, Pfeiffer und Agu. Und im Mittelfeld, Farona, Polino mit 67 der Beste, dahinter der zweite Tafferzhofer, Danneberg, Uahim, Klaas, Kraschnicki, Tigges und Möller. In der Verteidigung am besten ist Engel mit 66, Susat, Schmidt 66 und Derchow mit 66. Ansonsten dahinter Rennecke, Schiller, Trapp, Sorba und Haubrock. Im Kasten der Beste, Körber mit 65, dahinter noch Kühn und Beckemeier. Kommen wir zum VfL, der vorletzte Verein, da ist jetzt Wehkamp, der ist, wie gesagt, meines Erachtens schon bei Lotte angekommen. Dementsprechend ist Schnellbacher mit 64, der Beste, Ahn Hölcher ist noch dahinter. Die Mittelfeldspieler, da ist Matthias Moritz, der Beste mit 70, klare Sache dahinter. Finnell, Bärfunk, Triani, Lämmel, Ristel, Sessa, Watanabe oder Watanabe und Feil, der Beste Verteidiger oder die besten Verteidiger sind Geier und Traut mit 67. Dahinter Rehfeld, Saar, Schor, Büyük, Zakaria, sorry, aber ja, der ist auch dabei. Letar, Onua und Papadopoulos im Kasten. Der Beste, Bernhard mit 69, dahinter noch Husic und Leier. Kommen wir zum letzten Verein und dann haben wir es geschafft. Ich habe es geschafft, ihr habt es geschafft. Die Würzburger Kickers, Ademi der Beste mit 65, dahinter noch Breitkreuz, Baumann und Bütiki. Hegele dazu, der Beste Mittelfeldspieler mit 69, dahinter Goebbels, Galatidis, Mast, Kaufmann, Gnase, Kohls, Bachmann, Unlützi, Fitschi. Sorry, es tut mir wieder leid, das ist nicht böse gemeint, aber es gibt manche Namen, die kann ich einfach nicht aussprechen, da bin ich einfach zu dumm für. Kütsch und Langhans noch dazu. In der Verteidigung am besten Schuppern mit der 68, ist ja auch der Chef da hinten drin. Altschwede, Syre, Wagner, Hansen und Kleis noch dazu. Heitic, der schwächste Verteidiger im Kasten, der Beste ist Dreves mit 65, dahinter noch Bethke und Stefan. So, das war es jetzt mit diesem Video. Es ist viel zu lang geworden, es geht fast eine Stunde um Himmels Willen. Es tut mir leid, ich glaube es hat bis jetzt keiner mehr zugehört. Gute Nacht und ciao.